So, einen wunderschönen guten Morgen an diesem Freitag um 8 Uhr. Mein Name ist Claudia Koscheda, ihr seid hier beim Abenteuer Homeoffice und ich hoffe, ihr hört nicht, wie mein Nachbar gerade den Garten umgräbt. Der dürfte nämlich einen neuen Pool bekommen, ist gerade einen riesen Bagger reingefahren und hat angefangen, da Rambazamba zu machen. Also, wenn es so Hintergrundgeräusche gibt, dann lasst euch bitte nicht irritieren. Das ist eben im Nachbarsgarten. Ja, aber zum Thema, worum geht es heute um den vielgeliebten und teilweise doch eher vielgehassten Redaktionsplan. Es erstaunt mich immer wieder, dass das so ein relativ emotionales Thema ist, wenn man eben darauf zu sprechen kommt, hast du einen Redaktionsplan, arbeitest du damit oder schreibst du dann, wenn dir eben danach ist. Und darum habe ich mir die häufigsten drei Fragen herausgesucht, die mir immer wieder gestellt werden. In der ersten geht es natürlich um die Regelmäßigkeit. Ist es wirklich so wichtig, regelmäßig zu bloggen, zu podcasten, Live-Videos zu machen, wie zum Beispiel hier, oder ist das im Prinzip wurscht? Was für Tools gibt es? Was ist das beste Tool für den Redaktionsplan? Und als dritte Frage, geht es in Richtung Produktion einmal pro Monat oder eben jede Woche neu, wenn ihr jede Woche neu etwas veröffentlichen wollt? Ja, die drei Fragen werden eben immer wieder gestellt. Fangen wir gleich mal mit der Regelmäßigkeit an. Und dazu möchte ich euch eine Umfrage zeigen, die ich aufgrund meines Power-Tags-Redaktionsplan, der ja demnächst stattfindet, gestellt habe. So, da sind wir schon. Und wie ihr seht, ist ganz oben mehr Leichtigkeit zum Produzieren, das, was man sich von einem funktionierenden Redaktionsplan wünscht, dann regelmäßig zu veröffentlichen. Die beiden hängen natürlich für mich auch zusammen. Inhalte auf mein Business ausrichten, wandern das dritte. Blogartikel schneller schreiben, Ideen für die Inhalte unterbringen. Und da sind wir genau beim Punkt, nämlich Leichtigkeit und Regelmäßigkeit. Die beiden gehören für mich zusammen. Und zwar insofern, ich komme mal zu euch zurück hier. Oder probiere es zumindest. So, wo bin ich? Okay. Gut, dann bleibe ich einfach klein, wie ich bin. Ja, darum geht es um Regelmäßigkeit und Leichtigkeit. Ich habe einfach für mich gemerkt, dass, wenn ich nicht regelmäßig produziere, dass jedes Mal das Anfangen wieder um einiges schwieriger wird. So, jetzt habe ich einen Knopf gefunden. Das heißt, wenn ich mir vorgenommen habe, ich habe früher jede Woche gebloggt, einen neuen Artikel gebloggt, ganz zu Beginn meiner Bloggerzeit sogar drei bis vier Artikel. Und wenn ich das einmal ausgelassen habe, dann, oder zweimal ausgelassen habe und eben nicht neu produziert habe, dann ist es das nächste Mal wieder extrem schwer gefallen, weil einfach keine Routine drinnen war, weil so der innere Schweinehund immer lauter geworden ist. Und dann ist es eben zwei, drei, vier Wochen ausgefallen und plötzlich war Stille am Blog, beziehungsweise ist mir das später auch im Podcast passiert. Das heißt, die Regelmäßigkeit hilft nicht nur dabei, euren Lesern, euren Hörern, euren Zuschauern regelmäßig etwas zu bieten und die daran zu gewöhnen, dass ihr eben regelmäßig guten Content rausgebt, sondern es hilft euch eventuell vor allem in den Anfängern dabei, dran zu bleiben und leichter anzufangen, mit Leichtigkeit zu arbeiten, wenn eben schon Inhalte vorgedacht sind. Das bedeutet ja nicht, dass ihr dann in Handschellen liegt sozusagen und dass ihr also unbedingt gezwungen seid, das wirklich umzusetzen, wenn dazwischen was Interessantes reinkommt, wie eine Blogparade zum Beispiel, dann kann man ja die Inhalte austauschen, aber es ist schon mal ein Gerüst da, an dem ihr euch anhalten könnt, damit die Inspiration dann auch ein bisschen mehr sprudeln kann. Das also zur Regelmäßigkeit. Würde mich übrigens freuen, wenn ihr Fragen habt, die in den Kommentar zu stellen zum Video. Ich schaue da immer wieder nach rechts, ob irgendwas gekommen ist. Und gehen wir zur zweiten Frage. Was ist das beste Tool? Oh, das ist eine Glaubensfrage. Also wenn ihr mich kennt, ihr wisst, Trello ist so wirklich mein Haupthirn, dann wisst ihr natürlich auch, dass für mich persönlich das beste Tool Trello ist. Aber es gibt hundert andere Möglichkeiten, angefangen von der Excel-Liste bis hin zu IncoSchedule zum Beispiel. Das ist ein Tool, mit dem man die Inhalte dann auch auf Social-Media-Kanälen verteilen kann. Auch da drinnen gibt es eine Möglichkeit, ihr könntet das direkt in WordPress anlegen. Also schon mal die Artikel anlegen mit den ersten Informationen drinnen. Also es gibt ganz, ganz viele Tools, mit denen eben auch ein Redaktionsplan umgesetzt werden kann. Ich zeige euch mal meinen aktuellen, der also geht jetzt mal bis Ende April. Weiter habe ich noch nicht gedacht, beziehungsweise gemacht. So, gehen wir das weg. Das Schöne bei Trello ist für mich persönlich eben, dass ich zwei Ansichten habe. Ich habe einmal die Ansicht in der Liste. Ja, ihr seht es halt, März-Liste, April-Liste, Mai-Liste. Im Mai habe ich schon ein paar Ideen aufgeschrieben. Das ist also auch mein Ideen-Pool. Da kann ich die Bilder sehen, die drinnen sind, die ich eben verwendet habe. Das war das Letzte mit der, das Interview mit der Kerstin Müller zum Beispiel. Da habe ich dann auch drinnen den Link direkt zum Artikel. Da habe ich auch drinnen die ganzen Bilder, die ich dafür produziert habe. Es sind diesmal nicht viele. Aber normalerweise sind da auch drei, vier, fünf Bilder unter Umständen drinnen. Das hebe ich also alles hier auf. Und dann gibt es die Kalenderansicht. Und in der Kalenderansicht, da geht es dann weniger um das, was ist drinnen, sondern was passiert wann. Ja, also ihr habt hier am Donnerstag produziere ich entweder nur einen Podcast oder veröffentliche ich nur einen Podcast oder Podcast und Blog. Ja, das ist abwechselnd. Einmal nur Podcast, einmal Podcast und Artikel. Dann ein Newsletter dazu. In dem Newsletter schreibe ich dann meistens so zwischendurch immer hinein, was ich mir so denke, dass ich einen Tipp weitergeben werde, dass ich verlinken werde, irgendwelche Empfehlungen aussprechen oder was ich halt sonst nicht vergessen darf. Ja, und dann haben wir hier die Live um 8. Die mache ich vom Thema her relativ spontan, momentan. Ja, ich habe ja erst im Februar damit angefangen. Und das wird sich vielleicht auch noch entwickeln. Das wird sich vielleicht auch noch ändern. Ja, also das sind einfach die zwei Ansichten, die mir helfen, in Trello einerseits den Überblick zu behalten, wann ist was los. Da schreibe ich mir in den Redaktionsplan durchaus auch mal was anderes hinein, wie zum Beispiel hier im Anfang Mai möchte ich euch fragen, welche Webinarthemen im nächsten Webinarsommer drankommen sollen. Und so kann ich diese Geschichten einfach nicht vergessen. Und auf der anderen Seite eben die Listenansicht, wo ich alle Medien, alle Ideen auch festhalte, die ich verwendet habe. Ja, deswegen ist mein liebstes Tool natürlich Trello. Aber wie schon gesagt, da gibt es ganz viele unterschiedliche Vorlieben, unterschiedliche Möglichkeiten, je nachdem, was man sonst auch schon alles verwendet. Gut, dritte Frage. Dritte Frage, hole ich mir kurz mal her. Ja, ist es besser, geblockt zu produzieren oder jede Woche neu? Hm, das ist die Gretchenfrage und ich schätze mal, das werdet ihr ausprobieren müssen. Ich habe jahrelang wirklich jede Woche neu produziert. Das war so eine Art Routine auch schon. Ich habe genau gewusst, an welchem Tag ich in die Produktion gehe von dem Blogartikel beziehungsweise dem Podcast. Und dann habe ich die Frequenz runtergeschraubt. Also ich mache nur mehr zweimal im Monat einen frischen Artikel und zweimal im Monat produziere ich einen Podcast aus einem älteren Artikel, der einfach noch nicht im Podcast vorgekommen ist. Und nachdem das nur zwei Artikel, zwei Podcasts sind und natürlich die ganzen Social Media Geschichten, bin ich jetzt einmal dazu übergegangen, seit Jänner, im Dezember habe ich schon angefangen, einmal pro Monat eine Woche Content Produktion zu machen. Das heißt natürlich nicht, dass ich in der Woche nichts anderes mache, außer Content zu produzieren. Aber das sind die Wochen, wo ich versuche, keine zusätzlichen Termine mir auszumachen mit Kunden und halt die Woche relativ, also möglichst sauber halte von Auswärtsterminen oder auch Homeoffice Terminen, damit ich genügend Zeitblöcke. Ihr erinnert euch vielleicht an mein erstes 3 um 8 Live Video, da ging es eben um die Zeitblöcke, um da so viele Zeitblöcke wie möglich drinnen zu haben, in denen ich Content produziere. Ich muss sagen, läuft bisher ganz gut. Ausprobieren, wenn euch das nicht abschreckt, wenn ihr zum Beispiel einmal pro Woche einen Blogartikel produziert und es schreckt euch nicht ab, in einem Schwung vier Artikel zu schreiben. Also das ist das, was mich immer so ein bisschen daran gehindert hat. Dann probiert es einfach aus, einmal pro Monat so eine Woche mit Fokus auf Content Produktion einzufügen oder einzuführen. Wenn es für euch leichter ist, jede Woche in die Regelmäßigkeit zu kommen oder auch alle 14 Tage in die Regelmäßigkeit zu kommen, dann macht es das eben relativ kurzfristig, die Produktion. Also das ist eine Sache, die kann man nicht sagen, was ist besser oder was ist schlechter. Also ich habe sicher vor einem Jahr noch gesagt, nee, nee, also eine Content Produktionswoche kommt für mich ja überhaupt nicht in Frage. Auf der anderen Seite kenne ich Blogger und Podcaster, die sogar für drei Monate vorproduzieren. Die werden dann wahrscheinlich etwas länger als eine Woche brauchen. Also bitte ausprobieren, was auch immer euch hilft, dabei regelmäßig zu sein und auch mit Leichtigkeit zu produzieren für eure Leser, für eure Hörer. Probiert es aus und das genau macht ihr, egal wer sagt, was besser ist oder was schlechter ist. Dasselbe gilt natürlich auch für die Tools. Dann jetzt noch ganz kurz Ankündigung. Ich habe es schon angeteasert von meinem Redaktionsplan Workshop, der über einen Tag geht, von 9 in der Früh bis 18 Uhr meistens. Kommt darauf an, wie viele Fragen kommen. Aber das ist es nicht alleine, sondern es gibt vorher schon Vorbereitungsmaßnahmen unter Anführungszeichen Inhalte, wie zum Beispiel, wenn ihr noch nie mit Trello gearbeitet habt, sind da Trello-Tutorials drinnen, die ihr für einen Redaktionsplan braucht. Und auch noch ein paar andere Tutorials und Anregungen. Und nach diesem Powertag am 26. April, diesen Freitag, werde ich euch auch noch vier Wochen betreuen in unserer geheimen Facebook-Gruppe. Also, wenn ihr Lust und Laune habt, ich werde natürlich die Landingpage im Anschluss an dieses Video jetzt in die Beschreibung setzen, damit ihr euch da mal umschauen könnt, worum es geht. Geht nicht nur um den Redaktionsplan, sondern natürlich auch um die Themenentwicklung, weil Redaktionsplan ist ja normalerweise schnell geschrieben. Man schreibt es einfach runter und dann geht das kreuz und quer durch alle Themen, die ihr so in petto habt. Um so ein Thema wirklich sinnvoll zu entwickeln und auch auf euer Business und eure Angebote zuzuschneiden, braucht es eben auch die Themenentwicklung. Ja, das war es für heute. Was ich nächste Woche vorhabe, weiß ich noch gar nicht, ich habe es noch nicht geplant. Darum gibt es heute keine Vorankündigung. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Freitag, schönes Wochenende, egal wie das Wetter wird und freue mich drauf, wenn wir uns nächste Woche hier wiedersehen am Freitag um 8 Uhr. Oder wenn ihr ein Wunschthema habt, dann schreibt mir das natürlich gerne hier in die Kommentare hinein oder auch eine kleine E-Mail. Also bis dann, ciao!